Willkommen zu einer weiteren feurigen Folge Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte feurige Video bewertet haben. Leute, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst doch einfach eine Bewertung da. Nehmt euch die Sekunde, supportet den Kanal, supportet mich, supportet dieses wunderbare Projekt und ich denke mal, alle wollen mehr sehen von Plants vs. Zombies. Und jetzt spielen wir das Drachenmäulchen. Ich habe es ein bisschen im Singleplayer gespielt, einfach so ein bisschen rumgedaddelt und ich fand es cool. Es ist echt cool, es ist so ein bisschen wie der Feuerschnapper in einer erweiterten Form. Wartet mal, wir holen uns direkt einen von denen. Hey, 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 ich will an den Hügel. Da hat er mir den Hügel weggenommen. Der war reserviert. Der war reserviert. So, Level 5. Geil, Mann. Direkt ein bisschen abgelevelt und ich bin halb tot. Ey, diese Piraten machen einen Schaden. Mittlerweile wird so viel gekämpft, gesnipet, gemacht, getan. Es tut einfach nur noch weh. Es tut einfach nur noch weh. Na, wo sind denn die Zombies? Guck mal hier. Die Feuerwand. Wir können auch hier fernkampf, was ganz geil ist. Wir können hier so Feuerbälle schleudern. Wow, da kommt ein Superheld und kloppt mich direkt zu frei. Wahnsinn. Ich habe ihn zwar noch ein bisschen beschädigt, aber trotzdem, der kam da um die Ecke und hat mir einen Kinnhaken gegeben. Und dann war es vorbei. Alter, ein Pilz räumt da oben alles wieder weg. Pilze sind so krank. Pilze sind so krank. Diese Ulti vom Pilz ist einfach nur übel. Die ist einfach nur böse. So, dann Pusteblume. Wir nehmen ein. Wir nehmen ein. Ich habe keine Ahnung, wo die Zombies sind. Aber sehr gut, dass die Pflanzen hier ganz gemütlich einnehmen können. Wir nehmen alle ein. Komm schon, Jungs, durchhalten. Wow. Komm schon. Yes. Oh nein. Boah, wie ich diesen Typen hasse. Achtung, Sonnenblume. Ich börne. Ist er tot? Er ist tot. Was ist das hier? Was habe ich hier? Ich bin irgendwie markiert. Bösartig markiert. So, wir haben den Knollenzug. Hier noch ein bisschen mitgekokelt. Wir gehen mal hinten rum und schauen mal. Bam. Und zack. Komm schon. Wo sind denn alle? Oh, hier drüben. Aber keiner stirbt. Alle leben. Und ich bin fast tot. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die alle noch leben? Egal, Runde 2. Komm schon. Burn it. Nein, 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 nein. Was? Nochmal voll reingehauen, aber es reicht nicht. Ey, wie viele sind denn da? Jetzt sind alles auf einmal Ziegen. Ich habe jeden angekokelt. Jeden angehittet. Aber keinen getötet. Freunde, 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 Freunde. Das ist wieder eine Runde hier. Aber hey, ich bin noch dabei, mich warm zu spielen. So ein Drachenmäulchen, das muss auch erstmal sich aufheizen. Ja? Das dauert. Das ist ein Prozess. Alter, wie viele Superhelden. Das ist eine ganze Gang hier. Schaut euch das an. Ey, die Superhelden. Kann es sein, dass sie richtig krass geworden sind? Unterstützer bekommen. Wenigstens einer davon ist noch gestorben. Ganze Armee. Okay, der ist erledigt. Wir können auch Fernkampf. Wir können auch aus der Ferne drauf. Oh, hier sind ganz viele von diesen Megaphones. Megaphonemen. Glaubt das nicht. Glaubt das nicht. Die Flammen. War das Rache aus dem Grab? Das war ein Unterstützer-Kill. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ey. Er hatte nichts. Ich hab dem alles weggenommen. Und das war ein Unterstützer. Okay. Ihr wollt es wissen. Ihr dürft es wissen. Astronauten sind... Böse. Böse. Burn. Wow. Gerade noch rauskommt. Wieder nur ein Unterstützer. Wieder nur ein Unterstützer. Komm schon. Flieg und Sieg. Na also endlich. Der Fluch ist gebrochen. Ein bisschen Heilung wäre jetzt noch echt Premium. Bamm. Gibt es doch nicht. Dankeschön. Wahnsinn. Wahnsinn. König der verdammten Unterstützer-Kills. Bumm. Bumm. Ich hab den einen wenigstens noch weggeholt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass hier noch so viele rumstehen. Da waren mehr als erwartet. Und die haben richtig viele Heilung und Wissenschaftler. Der wurde auch direkt wieder wiederbelebt. What is going on? So, Level 5. Kumpel. Ich versuch's. Ich versuch's. Hier. Willkommen zurück. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bam. Mach ihn. Also, geht doch. Oh, no. Wow. Wie bin ich hier eben gerade so schnell weggerutscht, geflutscht? Sterben sollen sie. Die Schweine da hinten. Okay, wir schieben die Ladung. Very good. Very good. Yes. Oh, 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 oh. Da kommt ein Wicht. Bam. Und zack. Wo ist der? Der ist noch am Leben, oder? Keine Ahnung, was hier läuft. Ich flieg durch die Luft. Kurz, ich denke, das ist noch ein Superheld. Der will die Rose. Lass das nicht zu. Ey, das ist so chaotisch hier gerade. Ich will einfach nur gewinnen. Achtung. Da fliegt der Wicht. Oh, mein Gott, die Superhelden wieder, ne? Der hat doch nichts mehr. Wie kann der das jedes Mal überleben? Ey, die Superhelden machen mich wahnsinnig. Jetzt macht ihn tot. Ich hab den noch mit meiner Ulti getroffen. Mit meinem Super, Mega, Super Schuss. Er hat einfach weitergemacht. Als wäre nichts gewesen. Ich war auch eben gerade wieder so drin. Drachenmäulchen. Ich sag euch, das verlangt alles. Oh, nein! Oh, Ulti haut rein. Ulti haut böse rein. Alle tot? Wo ist denn die Sonnenblume? Dankeschön, 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 Dankeschön. Da fühlt man sich doch direkt ein wenig gestärkt. Oh, nein! Wir müssen die Batterien mobsen. Wir sind schon an dem Punkt. Batterien! Das wird knackig jetzt. Nein, 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 nein! Oh, mein! Ey, wie lange ist man denn gelähmt? Wie lange ist man denn gelähmt? Oh, mein Gott! Da kommst du ja gar nicht mehr zurück, wenn die dich einmal richtig treffen. ewig gelähmt. Batterien-Nummer wird nochmal very unangenehm. Yes! Ich werde schon wieder bombardiert. Da wäre ich beinahe draufgegangen. Wir brauchen hier Ladung, aber ich komme da nicht rein. Das sind jetzt hundert Zombies mindestens. Dankeschön, Dankeschön Kommt schon Yes, nice Ah, ich dachte, ich würde weiter fliegen Aber Leute, neun Aus dem Weg Aus dem Weg Nein, 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 komm Ja Very nice Wow, zu viele, zu viele, zu viele, zu viele Aber ich burn rein Ich burn mit allem rein Was geht's Okay, ich habe da nicht so wirklich viel Reichweite Ja Objective Man Aus dem Weg Ich schleppe eine sehr, sehr schwere Batterie Komm schon Ich will hier gewinnen Wir sind die Kills Schluppe, wenn ich gewinne Boom Wo ist er hin? Ah, er ist hier nach oben gesprungen Okay, wir haben zwei Batterien Kann Objective Man Es noch einmal machen? Burn Boy, burn Burn Boy, burn Drei Batterien Gute Arbeit, gute Arbeit, gute Arbeit Yes Yes Nice Noch eine Batterie Noch einmal da rein Und zack Und zack Bam Bam Achtung, da hinten Komm schon Komm schon Du musst spucken Alter Ja Ich hab sie Objective Man Komm schon No, 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 no Okay, wir haben zwei sogar No, 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 no Rosie Okay Ich war die Ablenkung Ich war der Der Köder Wow Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Alter Nice, Mann Ich will noch eine Runde Drachenmollchen Ultra geil Macht mega Bock Macht einfach nur Mega, mega Bock Ich seh zwar nix Aber wir haben gewonnen Warum hab ich schwarzes Bild? Ich hab keine Ahnung Ey, hoffentlich zählen jetzt meine Punkte Ich würde gerne sehen, wo ich stehe Wo ist Objective Man? Jetzt wirst du rausgeworfen Nichts zählt Ich seh immer noch nichts Ah, jetzt Okay, ich bin nicht oben drauf Abschussmeister 27 Kills Natürlich ein Pilz Zielmeister 430 Punkte Das war auch der Der die letzte Batterie Reingeschleppt hat 16 Abschüsse Ja, das ist Fürs erste Mal So hier Eigentlich ganz in Ordnung Ich bin zufrieden Wir haben ein paar Ladungen Weggebracht Wir haben Solide mitgespielt War auf jeden Fall Teamplayer mäßig Eigentlich Wollte ich noch ein bisschen Randale machen Mit dem Drachenmollchen Ich hatte mega Bock Aufs Drachenmollchen Aber Leider Komme ich nicht ins andere Team Und wir sind so wenige Wir sind so super wenige Wir sind nur eine ganz Ganz kleine Truppe Ich hoffe Wir bekommen noch ein paar Mitspieler Weil sonst Werden wir keine Chance haben Und deswegen bin ich jetzt Ein kleiner Wicht Liebet mich Und habet Mitleid mit mir Denn ich bin nur ein Zarter kleiner Wicht Der sich nach Liebe sehnt So, wir holen erstmal Ein bisschen Unterstützung raus Habe ich da eben gerade Einen Schnapper gehört? Irgendwas hat sich doch Hier rumgebuddelt Und Boom So It's all about the Wicht Und schwupps Na, schade Wir lunzen drauf Die Sonnenblume da hinten Halt halt Übelst kräftig Die muss weg Aber schaut euch das an Wie wir hier von den Pflanzen Belagert werden Nicht cool So, die Zitrone ist schon mal platt Dann ist hier drüben noch jemand rum Come on, come on, come on Ey, dafür habe ich nicht mal Einen Unterstützer bekommen Schwach, Alter Mega, mega schwach Unterstützer wäre auf jeden Fall Drin gewesen, oder? Eben gerade habe ich Einen Unterstützer bekommen So, kommt schon Ich will noch einen Sieg Kleine Reue die Gewicht Okay, wir jagen die Sonnenblume Da hinten Oh, die ist schon erledigt Boah, die sind so schnell Ich habe hier gar nichts zu tun Jetzt auf einmal Räumen die Zombies auf What is going on? Tornado Was? Er hat mich gefressen Während ich im Tornado war Mies, Mann Richtig Richtig Mies Aber hey Ich habe den Wicht Schon ewig Nicht mehr gespielt Oh, ich könnte Wenn ich wollte Mein Mech holen Hm Klingt verlockend Der kleine Wicht Wie er sich hier fortbewegt Schon süß Schon sehr, sehr süß Sweet Baby Oh nein Da war der schon wieder Ah, verzieh dich Ich bin voll drin Unterstützer Mehr gab es nicht Mies, Mann Mies So viel Schaden ausgeteilt Und am Ende doch nur ein Unterstützer Wie bin ich jetzt schon wieder gestorben? Was war das? Ein Schmettersturz Ich habe den nicht mal gesehen Dieser Dude bekommt immer nur die Unterstützer-Kills Immer nur Supporter Immer nur Support Aber nie der große Held Oh, 2 HP Take this Yes Endlich 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 wurde der Fluch Ein wenig gebrochen Oh, wenn der mich einmal trifft Bin ich Erledigt Rambo Level 3 Schiebt die Ladung, Männer Schiebt sie Achtung, ihr seid mean Holte ich mir hier noch einen kleinen Heiler, Freund Einer muss es ja tun Tja, Support ist eben doch Mord Reigns So Oh, ich habe Kraftstoff Okay, ich war noch nie im neuen Mech Und jetzt ist niemand hier Fantastico Fantastico Bam, bam, bam So Hier Okay, ist gut, ist gut, ist gut Beruhig dich, mein Freund Beruhig dich Uh, uh, Alter Der Mech ist aber auch echt stark Okay, wir können sogar geheilt werden Ja gut, dann verstehe ich den Cooldown auch Dass der irgendwann ausläuft Und du dann nicht permanent in dem Ding drin sein kannst Ich verstehe es Wäre auch hart unfair Noch irgendwas Noch irgendjemand Hä? Hä? Was zur Hölle? Okay, der steht auch nur einfach rum, der Zombie Egal, wir pushen Lobby läuft noch weiter Ende Jetzt heißt es wieder warten Zwei Minuten So, hier weggeholt Klein, aber dreckig, dieser Wicht Klein, aber dreckig Yes Sechster Serie Genau so will ich das sehen That's the way I like it Komm schon Unterstützer Ich hab doch voll drauf gezwiebelt Ups Okay, bei der Kaktele müssen wir verdammt vorsichtig sein Oh, wow, 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 wow Achtung, da ist ein Pilz Oh mein Gott Was war das? Was? Super Klebe Knaller Nein, meine wunderschöne Serie Sie war so schön Sie war so sexy Aber ich mag den Wicht Ich muss sagen, der gefällt mir hier besser als in Garden Warfare 2 Ich find den hier irgendwie cooler Die gefällt mir gut Oh nein Nein Okay Ich hab die Ziege überlebt Was war das denn schon wieder? Er hat eine Mine noch gelegt Oh Gott Oh Gott, 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 Gott Aber wir nehmen schon wieder ein What? Schiebe die Ladung Boom Ey, wir sind hier gerade dabei Durchzumarschieren Wie die Götter Ich hab hier noch gar nicht das Ende gesehen Ah doch, doch, doch Da war ich schon mal Aber das haben wir eigentlich immer verloren Jetzt müssen wir hier nämlich den Mörser irgendwie Mit einer Bombe Genau Ich erinnere mich Wie ich das Zweimal oder dreimal verloren hab Oh, das war krass Er kommt hier und Pulst einmal rein Und nimmt was mit So Level up Für den Boy Er ist halt fies Wenn er einmal hier seine Bambusrolle macht Bin ich halt erledigt Wuhu Alter Der Wicht Er ist im Rausch Habt ihr ihn? Yo Nice Nice Brains Krieg ich den hier? Er kracht einfach durch die Bröcke Bam Ist er drin Suck on my noodle Mr. Poodle Komm schon Oh mein Gott Geben die mir hier Geben die mir hier Was? Der hätte nochmal repariert werden können? Crazy shit Take it boy Take it Oh no Oh mein Gott Wenn es hier zur Sache geht Dann aber wirklich mit allem Dann aber wirklich mit allem Oh da bin ich super langsam mit so einer Bombe Wo muss die hin? Muss irgendwo da drüben hin Mit dem Boost Wackel, wackel, wackel Ich versuch mein Glück Oh ich hab keine Fähigkeiten Ah ne Der Wicht ist dafür einfach Zu schwach Bis ich das hier durchgeschoben hab Der ist schon Spezialist Der Dude Bin ich 10 mal tot Da muss ja nur einmal so eine Rolle kommen Und ich bin erledigt Irgendwie schaffen wir das nie Gib ihm Hab ich ihn weggeholt? Ich hab ihn weggeholt Aber ich wurde durch Riesige Pancakes Zerlegt Oder was ist das da hinten? Marshmallows oder? Mellowmörser Riesige Mallows Haben mich zerstört Aber egal Ich hab den da unten weggeholt Der Sieg ist mein Zumindest gegen den hier Oh Rosie ist down Boom Erzfeind erledigt Ich wusste gar nicht Dass ich einen Erzfeind habe Ich geh rein Boah Über mich drüber Ist ne Bohnen geflogen What is going on? Oh mein Gott Was läuft hier schon wieder? Raus Mellowboy Komm schon Ihr habt freie Fahrt Jungs Alter Das war ein Sturmangriff Das war ein verdammter Sturmangriff Das wär so geil Wenn wir das gewinnen würden Noch einmal Noch einmal Alter Wir haben's geschafft Ja Endlich Kein Marshmallow Match mehr Yes Der Vormarsch Der Zombies War siegreich Ey das war aber auch ne Runde Na Das war aber auch ne Runde Der Wicht hat ja übelst Bock gemacht Jetzt will ich irgendwie nochmal direkt Wicht spielen Ich hab direkt Bock Noch ne Runde Wicht Vielleicht gibt's heute noch ne Folge Wicht Ich weiß es nicht Es macht richtig Bock Es macht richtig Richtig Bock Leute 19 26 Da bin ich ja mal gespannt Was wir haben Ich mein da waren schon ein paar Kills dabei 21 Nicht schlecht Nicht schlecht Wir haben Platz 2 Auch bei den Unterstützern Heilung Wir haben alles gegeben Danke fürs Zusehen Bewertung da lassen Wenn ihr mehr sehen wollt Bis zum nächsten Mal Und Tschüss